Mal, ich hab ein Schwein gemalt. Bist du vegan wie Rosalinde oder brutal gegen sie? Wer ist Rosalinde? Das nicht, das ist von TikTok. Egal. Was machst du am Wochenende? Ich geh zu einer Verlobung von meinem Cousin. Er ist verlobt. Du bist verlobt. Du bist verlobt, aber mit 17. Ich bin nicht 17, auch nicht verlobt. Mein Cousin Theo lässt sich verloben. Theo, bitte mach mir ein Bananenbrot. Warum sollte dir mein Cousin ein Bananenbrot machen? Nee, kenn ich nicht. Der Red Bull für mich. Mein Löwe, mein Bär, meine Red Bull-Mitbringerin. Mein Löwe, mein Bär? Wieso nennst du mich so? Ein Mann. Ich bin ein... Nee, kenn ich nicht. Was ist los? Ich wollte mir doch noch ein Saxophon bestellen. Du spielst doch nicht mal Saxophon, hä? Au, du kleine...